Ist es etwas ganz Besonderes? Ist die Vorbereitung eine spezielle? Ja, es ist natürlich speziell. Man freut sich sehr, wenn die EM schon daheim ist. Es ist für mich vor allem eine große Ehre, weil es ist ja das erste Mal, dass ich für Österreich bei der EM starte. Und es ist ja auch eines der wichtigsten Zwischenziele auf dem Weg nach Rio 2016. Ja, und die Freude ist natürlich sehr groß und die Spannung auch. Es ist durchaus ein bisschen Druck dabei. Aber man freut sich so umso mehr und ist da ziemlich motiviert. Die Form soll da stimmen. Also man ist schon mitten in der Saison, also ist der Wettkampf schon einer der Wichtigen. Und man ist da schon gut bereitet, glaube ich, und hoffe, ja. Danke, Sarah.